Hallo liebe Aufzeichnungszuschauer. Ja, was ist dieses Herdentier Mensch? Zu was ist das überhaupt fähig? Es geistern viele Theorien herum und Ideologien und Irrtümer und vorteilbringende Irrtümer, die also den Menschen als einen selbstlosen, sich selbst aufopfernden Samariter sehen, der sich auch für die Wahrheit sozusagen mit allem überwerfen würde und so weiter. Und all das stimmt halt leider nicht. Der Mensch ist ein Herdentier, dem es in erster Linie wichtig ist, ohne anzuecken, gemocht und geschätzt in der Gruppe zu sein. Und wenn er dafür Unwahrheiten mitsingen muss, dann singt er Unwahrheiten mit, weil die Wahrheit oder Unwahrheit spielt einfach gar keine Rolle beim Herdentier Mensch. Und dann die Vorstellung, dass der Mensch ein Tier sei, das im Gegensatz zu allen anderen Tieren eine natürliche Veranlagung hätte, sich für die Welt aufzuopfern. Diesen Denkfehler haben wir auch versteckt in der Gemeinwohlökonomie, als ob es sozusagen das Anliegen eines gesunden Menschen sei, mit seinem Geld und mit seinen Gütern die Menschen in der dritten Welt zu ernähren und dafür zu sorgen, dass diese noch mehr Kinder, die nicht richtig arbeitsfähig sind, in die Welt setzen können. Diese Vorstellung ist einfach verrückt. Die Realität ist, jeder Mensch, jedes Tier, jedes Lebewesen versucht nichts anderes als seine Gene zu maximieren und zwar auch natürlich im Blick auf die Zukunft hin, denn es nützt ihnen nichts, Gene zu maximieren, die nach zwei Jahren schon tot sind. Sie müssen Gene maximieren, die möglichst noch 100 Jahre leben und dann noch wieder weitere Kinder oder Kopien ihrer Gene verbreiten können. Und darauf sind Menschen programmiert, es sei denn, sie werden durch Manipulateure dahin manipuliert, durch Parasiten, durch Schmarotzer, wie wir das in der Biologie haben, Parasiten, Parasitismus in der Biologie, Schmarotzertum in der Biologie. Da ist es quasi so, dass die Schmarotzer und Parasiten in die natürliche Eigennutzsteuerung und eigene Genvermehrungssteuerung und Tendenzen eingreifen, die Organismen davon ablenken und sie dazu bringen, Manipulationsopfer und Diener und Dienstmärkte der Parasiten und Schmarotzer zu werden. Und das sozusagen, und genau das beinhaltet leider auch die Gemeinwohlökonomie, neben ihrer gesunden Basis, Gutes tun zu beschenken, Akte der Nächstenliebe zu belohnen, also Gutes tun, belohnen, Akte der Nächstenliebe im wirtschaftlichen Geschehen zu belohnen, aber Akte der Selbstlosigkeit, also der Selbstaufopferung, das heißt zum Beispiel mit europäischem Geld alle Armen der dritten Welt zu finanzieren und zu bezahlen, Das ist Selbstmord. Das machen Menschen nur, wenn sie durch Gehirnwäsche so manipuliert sind, durch Parasiten und Schmarotzer. Und was ist dabei das Entscheidende? Wer sind die entscheidenden Schmarotzer im Hintergrund? Naja, die einzigen, die profitieren, wenn Europa sich verausgabt und verarmt, um die Menschen in der dritten Welt zu finanzieren und dafür zu sorgen, dass dort noch 5 Milliarden arbeitsunfähige Menschen geboren werden, das geht nur, die einzigen, die davon profitieren, sind die Sozialspartner. Also die einzigen, die an einem verarmenden Land profitieren, sind die Betreuer der Armen. Und so haben wir dann die Sozialsparten, die also die vorteilbringenden Irrtümer ausstreuen, es sei die Natur, dass Menschen sich selbst aufzuopfern, um die ganze Welt zu finanzieren und zu retten und zu ernähren und so weiter. Und wenn die Leute diesen Manipulationen, dieses Parasiten, dieser Sozialschmarotzer, dieser Schmarotzer Sozialsparten und diesen Parasiten Sozialsparten, wenn die Menschen sich da manipulieren lassen, dann wird Europa bettelarm und dann haben die Sozialsparten ganz viel neue Kunden und Kundschaft und so weiter. Bis dann diese Staaten, dann zum Beispiel die europäischen Staaten gar kein Geld mehr haben, die Sozialsparten zu bezahlen, aber dann können die ja in andere Länder abwandern und diese dann plündern mit ihren vorteilbringenden Irrtümern. Ja, also insofern, das Herdentiermensch hat gar keine Orientierung an Wahrheit und Irrtum, leider. Natürlich müssen wir trotzdem versuchen, immer wieder die menschliche Gesprächskultur zustande zu bringen, die Ideale. Nämlich sagen sie uns, wo wir uns irren und dann sagen wir ihnen, wo sie sich irren. Aber das Herdentiermensch hat erst einmal nur die Tendenz, scheiß auf die Wahrheit, scheiß auf die Frage Wahrheit oder Irrtum. Mitlaufen und geschätzt zu werden von der Herde, auch wenn die sich in einer Unwahrheit befindet, ist wichtiger, als auf der Wahrheit zu bestehen. Und damit müssen wir, müssen wir leben, denn so sind nun mal soziale Lebewesen. Und wir können froh sein, wenn die obersten Intelligentesten, die obersten Eliten dieser Welt, die Wirtschaftsbosse, Politikbosse, Journalisten, Chefs und eben Wissenschaftschefs wie Weltrat und Next Scientists for Future, wenn die miteinander ins Gespräch kommen und sagen, jetzt versuchen wir mal, sagen sie uns, wo wir uns irren, wir versuchen jetzt mal gegenseitig die Menge der Irrtümer zu reduzieren, um zu einem realistischen Bild der Zukunft der Menschheit zu kommen. Das ist dann wohl unsere einzige Chance. Ja, ich beende die Aufzeichnung.